So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich bringe ein Fahrzeug zur Tankstelle in Lazy Lake oder Catty Corner. Also, ihr müsst zu Catty Corner ein Fahrzeug bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo macht ihr das aus? Von Misty, von Retail oder sogar von Lazy Lake zu Catty Corner, aber ich werde hier landen und werde mir halt da mein Fahrzeug schnappen, weil das ist, denke ich mal, der kürzeste Weg und da sind eigentlich auch genug Autos. Und ihr habt ja auch eben vielleicht das Video gesehen mit Sweetie Sands und Pleasant Park. Da kann ich euch jetzt schon sagen, ihr könnt es nicht in Gruppenkeile machen, sondern anscheinend nur im Solo-Duo- oder Team-Modus, weil ich habe es danach nochmal gemacht und da hat die Aufgabe auch direkt gezählt. Also das ist leider nicht im Gruppen-Modus, in Gruppenkeile möglich, sondern nur im Solo-Duo- oder Team. Jetzt noch was anderes, wenn ihr Bock habt auf Custom Games, lasst doch gerne ein Abo da und schaut im Stream vorbei und unterstützt uns bei uns im Custom Games, weil es macht doch relativ viel Spaß. Ich werde dann auch die Besten einblenden in meinem Stream. Also nehmt da ruhig gerne die Herausforderung an. So, haben wir hier ein schnelles Auto oder haben wir jetzt nur den lahmen Trakt hier? Aber ich muss sagen, ich habe es eben genau mit dem gleichen Fahrzeug gemacht. So, zack. Aber gehen wir mal auf Nummer sicher. Zack. Jetzt komme ich, mache ich hoffentlich nicht den Fail des Jahrhunderts. Hä? Kann man den nicht tanken? Ah, das ist jetzt. Weil eben hat der Sprit gerade so gereicht. Also bei der letzten Aufgabe. Deshalb, ich tank den jetzt einfach voll. Ich hoffe zwar, dass mich jetzt hier keiner sieht. Weil ich stehe hier einfach rum, weil es als wäre das das Normalste der Welt. So, das dürfte ja wohl reichen. So, dann gucken wir mal darüber. Ihr müsst natürlich euch, muss im Klaren sein, dass die Leute natürlich jetzt gerade am Anfang, die Leute richtig nerven wollen. Und natürlich werden jetzt welche an der Tankstelle warten. Oder wie er hier. Aber der interessiert mich nicht. Ich fahre einfach weiter. Ich hätte natürlich jetzt versuchen können umzufahren. Hatte ich eigentlich schon vor. Hat nur nicht funktioniert. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier einfach ganz entspannt in die Tankstelle reinfahren kann. Und das Ganze zählt. Dann bin ich wieder glücklich. Wie ihr seht. Die Aufgabe zählt. So einfach könnt ihr das Ganze machen. Also, einfach euch ein Auto schnappen in Retail. Und dann rüberfahren zu Catty Corner. So wie ich es jetzt gemacht habe. Wie ihr seht, Aufgabe ist geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufgabe und haut rein.